Hallo, ich habe euch heute wieder einen Fall aus unserer täglichen anwaltlichen Praxis mitgebracht. Den muss man kennen, sonst verschenkt man als unfallgeschädigter Geld. Unser Mandant hatte einen Haftlichtschaden, war also nicht schuld. Es wurde in ein Gutachten eingeholt. Der Gutachter sagt, der Wiederbeschaffungswert, das ist der Wert eine Sekunde vor dem Unfall, liegt bei 5000 Euro. Die Reparaturkosten liegen bei 6000 Euro. Da war die Tür beschädigt und das hintere Seitenteil. Die Tür ließ sich aber noch öffnen und schließen. Und der Mandant hat gesagt, Mensch, Herr Preuß, eigentlich will ich das Auto weiter nutzen, ich will es auch gar nicht reparieren. Der Gutachter hat in dem Gutachten auch den Restwert ermittelt. Das ist quasi der Wert nach dem Unfall und das richtigerweise auf dem allgemeinen örtlichen Markt, also in der Umgebung. Was bieten da Restwert auf Käufer? Und das Ergebnis waren 1500 Euro. Und in diesem Fall haben wir natürlich für den Mandanten geltend gemacht, die 5000 Euro abzüglich dem Restwert, den muss er sich anrechnen lassen, das waren 3500 Euro. Was passierte? Die Versicherung benannte einen sogenannten Restwertaufkäufer und der hat plötzlich nicht nur 1500 Euro für das Fahrzeug geboten, sondern 3000 Euro. Und dann hat die Versicherung versucht und gesagt, naja, 5000 Euro minus 3000 Euro sind ja nur 2000 Euro und nur das Geld bekommst du. Diese Abrechnung ist aber falsch. Wenn ein Unfallgeschädigter das verunfallte Fahrzeug weiter nutzt, ist immer der Restwert maßgeblich, den der Gutachter auf dem allgemeinen örtlichen Markt bestimmt hat. 1500 Euro. Also musst du die Versicherung hier insgesamt 3500 Euro zahlen und nicht nur die angebotenen 2000 Euro.